So, was gibt's Neues bei Warframe, nämlich die Prime Vault ist wieder auf, die letzte Prime Vault war Banshee und Mirage, genau, und jetzt ist es Chroma und Zyper, oder Zyp hier, Prime, und da, wenn ich halt die Relikte farme, es gibt's vier Möglichkeiten, wo man die Relikte farmen kann, einmal auf Eidolon, einmal auf Fortuna, einmal, äh, Kamion Drift, auf den, äh, Dimos Planet, genau, und einmal in der Void, und heute werde ich die, äh, Relikte versuchen auf Eidolon zu farmen, so. Und dann werde ich mal den Auftrag sofort annehmen, ich werde einmal eine komplette, äh, Rotation machen, das heißt, erst mal, oh, okay, beim ersten gibt's keine Relikte, okay, gut, einmal schwächenden Grineer-Stützpunkt, äh, da krieg ich das Relikt hier sechs. So, Plains living is tough living, Grineer are finding that out the hard way, let's make them find out a little faster, cut off their supplies. Und ich versuche natürlich, mich auch, äh, zu beeilen, halt, und da der X-Rox-Serie-X ist auch die, äh, die Ladenzeiten bei Eidolon sehr angenehm, wenn man alleine unterwegs ist. So. So ist sicher. Patern ab 2012 Patern ab 2015 Garry das Anونiere das sollte aus So, okay, noch gut. Äh, 40 Sekunden. Das ist nicht so so. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Sie los! Ö, dann noch die Hotschläge. Wir sind in. Take the resources. Grineer troops, desperate for those supplies. Let's see if that got a reaction. Supplies, the Grineer rank and file have fallen into disarray. This is the time to strike. So. Let's go. Target spotted. Strike fast and take out as many as you can. Wargineer amassing nearby. Get over there and take them out. Keep going. They won't be able to sustain these casualties for much longer. I've located another mass of enemies. Take the fight to them. Okay, I'll run to the enemy. I'll take the target to the enemy. Oh, we're holding the enemy. I'm going to take the enemy. Oh, there is T6. Oh, that's pretty cool. Was ist das? Du hast die Grineer-Detachung gewöhnt. Jetzt ist es Zeit, sie zuhören. Bewege sie aus ihrem Camp. Na? Wie ist das? Das ist das. Was ist das? So, jetzt scheißes, äh, zweieinhalb Minuten verteidigen. Ah, Mama, jetzt zieht mich nicht durch. Hahaha, okay. Okay, ich kriege das erstmal. Oh, come va! Okay? Okay! Oh. 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 In der Scharfschütze, das ist mir egal. Leider da hinten rumgammeln. Die Scharfschütze! Oh, okay. Okay, hier. 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 gar das system okay ja schon mal eine rechte schmack und die nächste aufgabe so ein prototip sabotage da krieg ich das meso relikt 4 die quills whispered about some sort of new weapon the grenier hand they've deployed in bits and pieces to avoid detection they want to attack the moon's tower and i don't want to find out if that's possible understand disrupt by anything associated with this the drone is nearby find it and hack it that's it the drone is under our control now escorted to the extraction point before the enemy can destroy it another wave to take out the drone stay vigilant und damit eigentlich kommen diese kleinen fliegeteile von den grenierenden immer ein paar bei uns an aber nur einer allein alleine der zweite hätte ich wahrscheinlich beim McDrive oder so morgen wo ist noch ein ach ja so wie es ein tustläufer oder wie die heißen da genau so ein klopper Das ist gut. Das ist gut. Oh, das wollen wir nicht schneiden. Jetzt bin ich. Das ist ein Stück von dem Puzzle. Jetzt für den Rest. Wir legen Landtag auf. Komm. Das ist gut. Der Fisch ist näher. Die Ente sind. Da ist der Fisch. Siere. Danke, Tenno. Dieser Fisch auch viel zu sagen. Can you tell us about this project? No! So, zack. Okay, der eine schreckt in der Wand fest. So, noch mal die geliebte Ausrüstung. So, dann wieder raus. 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 Oh, da ist der Klopferbulle. Nee, auf den hab ich keine Lust. Hier kann ich noch nüscheln. Ich hab wieder den Klopferbulle. Das ist die letzte Konft, den mit dem Klopferbunnen. Oh, oh, weh so, ja, wir erhalten eine andere. Und Revenant-Systeme. Okay, ich hab jetzt, äh, was von Gara, was von Revenant? So. So, dann, äh, b-b-b-b-b, nimmt ihren Amtführer gefangen, da krieg ich das Neo-Ridex-Z8. So, es sind nur noch ungefähr zehn Aufgaben, die ich noch erfüllen muss. Grineer are finding that out the hard way. Let's make them find out a little faster. Cut off their supplies. Konzu is right. The Grineer can never be allowed to live comfortably on the plains. Let's make this place as inhospitable as possible for them. Emergency Grineer supply caches are hidden in the vicinity of my waypoint. Empty them. Direkt eins gefunden. So, mal schauen, wo die Pfannen gelagert sind. Ist schon wieder so ein Lager. Okay, jetzt ist es, ich werde abgehauen. Dann ist so ein Kreuzer. So, fertig. So, eine Zeno-Reklinze, okay. Damit kann man was anfangen. Without supplies, the Grineer rank and file have fallen into disarray. This is the time to strike. My favorite! Target spotted. Strike fast and take out as many as you can. I've located another mass of enemies. Take the fight to them. Keep going. They won't be able to sustain these casualties for much longer. Find the observation. I'll have to take a shot. I can't believe it. I can't believe it. More Grineer and Masse nearby. Get over there and take the士. I can't believe it. I can't believe it. Ich habe eine neue Masse von Enemies gelegt. Geh' den Kampf zu ihnen. Das Detachement wird nicht schnell verabschieden. Ich werde sie mitnehmen. So, Spieler? Geh' ich da eliminieren? Okay, das war ein Tunnel-System. Ich werde sie mitnehmen. Ich werde sie mitnehmen. Okay. Ich werde sie mitnehmen. Ich werde sie mitnehmen. Ich werde sie mitnehmen. Ich habe sie mitnehmen und ich habe sie mitnehmen. So, noch eine neue Umbau von Enemies. So, noch eine Neon-Zettung von Enemies. So, noch eine Neon-Zettung von Enemies. Aber. Die Dronen-Orten? Ok, ja, ich kann mir vielleicht eine Condor-Videos sagen. Keine Ahnung, warum seid die Condor da haus? Die Drone ist nahe, find it and hack it. Das ist es, die Drone ist unter unsere Kontrolle jetzt. Eskort es zu der Extraction Point, bevor wir ihn verletzen können. Die Drone ist schnau. 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 Sie sind inbound. Don't let them harm the drone. Don't let them harm the drone. What do they do? Okay, ich weiß es, ich weiß es. Ich denke, die anderen Kommen sind besser. Jetzt geht's! Ich dachte, ich muss den Quatsch erst mal abbrechen, aber... ...auffang! Ja, die Wegfindung für die Drohne, sie muss die Träume dickens überarbeiten. Und die Duffel habe ich jetzt ein Leben im Kaufen genommen? Ja, ist okay. Oh, noch ein Neon. Das ist noch knapp. Okay. Oh, ich hab ihn. Den Haar gefangen? Träume sie runter. Da ist der Führer. Schau sie! Schnell weg. Und Revenant schossen. Okay. So. Dann noch ein... Ja, noch ein Auftrag fehlt noch. So. Und da... ...einmal suchen und retten. Da krieg ich das... ...Axi Relikt G5. Okay. Okay, noch eine Drohne, äh... ...Berg. Ja, wahrscheinlich auch die selbe, äh... ...Berg. Ja, jetzt sieht's aus. Die Drohne ist unter unserer Kontrolle, jetzt. Eskortet es zu dem Extraktspunkt, bevor der Mann ihn zerstören kann. Die Dinger müssen immer zum umpassenden Zeitpunkt erschaffen. Nimm. Die Drohne ist unter uns. Kurier inbound! Der Bekommen nicht inbauen! Die Drohne ist unter uns. So wieder die They're sending another wave to take out the drone stay vigilant Okay, diesmal ist das eine leicht andere Route, ich weiß es nicht, weil der Drohne weiß man nie so ganz. Okay, es ist halt dieselbe Route, nur ein bisschen in der Abfahrt. Ich habe hier jetzt die Welt zu Lager zu fahren, das geht mir am Rand der Flager, das ist nicht so. So? Okay, ich habe hier einen Atten, Alter, das ist nicht so. Use this information to help pinpoint his current location. We need to put the Grineer on alert. No, the Osterons are off-limits. Raid their camp to save them running. So, camp is fine? You've reached the location. Clear out enemy of our hostiles. Let's go. Let's go. The location is ours. Wait. Incoming assault. Don't let them retake this territory. Let's go. Beaven't pretty late. No... There you go... Ah. Opa! Ah ok, ich bin ein bisschen weggegangen, ich bin ein bisschen weggegangen. Bisschen, Mann. Wo ist die Dorn, Mann? Ich bin wieder verfallen. Okay, noch drei Sekunden und okay, das Spiel ist verteidigt. Letzten. Jetzt kommt den Khaos, dann habe ich eine Transmission geschehen, die die Greneer befindet, dass die Ostron auf den Prisiner hält. Der Greneer-Kommander ist sicherlich responsible für die Ostron des Gehörn. Bring sie mir an, um zu fragen. Der Ofer ist bei mir. Sie schreit sie auf. Da ist der Ofer. Kanzler, Kanzler! Eine einfache Interrogation. Unser Kanzler ist auf dem Weg. Mit mehr Daten können wir die Route beobachten. Gehen Sie, Kanzler! Wir müssen den Grineer aufhalten. Wir müssen die Grineer aufhalten. Die Ostrons sind auf die Grenze. Du hast die Location erreicht. Entschuldigung, alle nahe Hostiles. Ich habe die Laufbahn. Ich habe die Laufbahn. Du hast die Location getötet. Du hast die Location getötet. Du hast die Location getötet. Der encang, machENTS, auf dem Hof. Die clerken nutzen in die Fl yours. Scheiße, die Musik schaltet. 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 Die Musik schaltet.